Ich sehe an Ihrem Studienbuch, dass Sie ein außergewöhnlich begabter Student sind. Der Erste in der Familie, der aufs College geht. Knüpfen Sie Kontakte? Ja, das tue ich, Sir. Wie waren Sie denn schon mal aus? Äh, äh, aus? Aus. Äh, ja, ja, war ich. Mit einer. Erzähl mir alles über deine Mutter und deinen Vater, den Metzger und wie es ist, in einer Metzgerei zu arbeiten und wie die Mädchen in Newark waren. Entspann dich. Glaub mir, ich versuch's ja. Was mir Sorgen macht, ist Olivia Huttons mentaler Zustand. Vor allem angesichts der Sachlage. Warum kommst du und stellst dich unter mein Fenster? Es gibt mir das Gefühl, als ob ich darauf aufpasse, dass es dir gut geht. Sie ist schwach. Eine so instabile Person ist eine Bedrohung für dich, Marky. Ich fürchte, ihr ist etwas Schlimmes passiert und ich habe Angst, dass es was mit mir zu tun hat. Was glauben Sie getan zu haben? Ich bin täWhat? Und jetzt hat es sie mir zu tun. Ich kann mich bleiben.